So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist soweit, ich habe mal wieder Hähnchen Nuggets vorbereitet, denn ich habe wieder zwei Soßen zu testen. Habe ich schon gesagt, dass es Ramses Kitchen ist? Wahrscheinlich nicht. Ihr kennt bestimmt alle die Marke Werder. Nicht Werner, sondern Werder. Werder Feinkost seit 1873. Und da habe ich letztens was bekommen, diese super geniale Asia Thai Sensation. Sieht aus wie eine Flasche Ketchup, ist aber eine besondere Asia Soße mit Honig, Curry und Chili. Was nicht drauf steht, was man aber ganz sieht, ist hier auch diese Kokos, mit einer Kokosnote. Asia Thai Sensation Würzsoße mit Honig, Curry und Chili. Zutaten, Kokospüree, genau, so sieht es aus. Von Werder kenne ich dieses Ketchup, was es früher gab. Das war eigentlich immer sehr beliebt, viele haben das gerne gegessen. Jetzt gibt es diese Werder Asia Thai Sensation Soße und zum Vergleich haben wir hier mal das Werder Bier Ketchup. Das klingt erstmal genial, Bier Ketchup, Ketchup und Bier, die Grundnahrungsmittel jeden Mannes. Aber, ihr seht, das ist schon probiert. Das schmeckt so beschissen, sage ich nur dazu. Das würde ich niemals wieder kaufen. Aber für das Video, um euch das auch mal zu zeigen, haben wir jetzt diese zwei Flaschen hier. Das Bier Ketchup und die Asia Thai Sensation von Werder. Oder wir packen die beide hier hin. So, das muss dann Thumbnail sein. Gleichzeitig möchte ich am Ende natürlich auch die Mad Dog wieder mal draufhauen auf die Nuggets, das passt. Und wenn ich mit dem Experiment fertig bin, kann ich dann zum Verspeisen die Mary Sharp Special Edition Smoked Habanero Pepper Sauce nehmen. Aber die habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video getestet. Wir fangen direkt mal an mit diesem Bier Ketchup. Bier Ketchup, Tomatenmark 30%, Wasserzucker, Schwarzbier 10%. Ja, und dann hast du noch Senf mit drin. Ist Ketchup, ist aber auch irgendwie Senf. Wir nehmen uns mal hier ein Nugget. Obwohl, was heißt ein Nugget? Der ist kaputt. Wir nehmen uns mal einen anderen Nugget. Nehmen uns mal ein Nugget aus der Mitte. Das riecht ein bisschen fruchtig, tomatig. Gleichzeitig riecht es aber auch mega säuerlich und komisch. Kann man gar nicht beschreiben, den Geruch. Das ist natürlich nicht wirklich scharf. Das heißt, da könnt ihr euch ruhig den ganzen Nugget vollhauen. Ich finde, man kann ja Ketchup essen. Man kann ja Bier trinken. Aber Bier Ketchup, dem kann ich irgendwie gar nichts abgewinnen. Richtige Bierkenner, Biergenießer werden trotzdem sagen, das ist ja genial. Du schmeckst direkt das Schwarzbier raus und werden das total toll finden. Ich finde es ziemlich gewöhnungsbedürftig und mich stört dieser Geschmack, der da aufkommt irgendwie, sodass es für mich kein Genuss ist. Wenn ich Ketchup möchte, wenn ich Ketchup esse, dann möchte ich irgendwie trotzdem was Fruchtiges oder ein bisschen was Schärfliches, aber nicht so säuerlich und bitter und herb und total bäh. Also das ist leider nichts für mich. Aber dafür, dass es ja ein Bier Ketchup ist, erfüllt es die Sotte natürlich ganz gut und hält genau das, was es verspricht, nämlich ekligen Biergeschmack, gefüllt mit Ketchup. Jetzt haben wir aber die Asiatai Sensation. Die hat mich total begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die letztens draufgeklatscht habe, aber die habe ich einmal probiert und fand die richtig gut. Muss ich aber nochmal gucken, wie die schmeckt. Das ist ein Traum. Das ist wie die Kokosnuss Toffee Fee, die wir immer getestet haben. Asiatai Sensation. Irgendwie vereint die Soße wirklich alles. Honig, leichte Süße, Curry und Chili, leichte Schärfe und zwischendurch eben dieses Kokospüree, was sehr präsent ist. Das heißt, du machst die Augen zu, mach das mal in irgendwelche Nudeln dran, ansonsten was, in andere Speisen, dass du die fühlst wie in Panama mit lauter tropischen Palmen auf einer Insel. Also ich finde, die hat es wirklich in sich. Die kann ich jedem empfehlen. Ihr müsst natürlich ein bisschen Kokos mögen, wenn Kokos gar nichts anfangen kann. Ihr werdet natürlich auch mit der Soße nichts anfangen können, weil die Kokos da sehr präsent ist. Ich finde es mega stark. Ich finde den Geschmack absolut genial. Mir taugt der tausendmal mehr als der Bier-Ketchup-Geschmack. Jetzt haben wir die Mad Dog Soße. Die nehmen wir einfach immer zum Spaß hinten mal dran, dass sie sich nach und nach verbraucht. 6 Millionen Scoville-Pepper-Extrakt führt zu 600.000 Scoville-Schärfe. Mad Dog 3, 5, 7. Müssen wir immer mal, immer wenn wir Nuggets testen, müssen wir natürlich auch hier natürlich die Mad Dog Soße noch testen, aber übertreibt es nicht. Die hat es wirklich in sich. Immer noch irgendwie so eine Pflaumen-Node. Die Soße total süß, aber dann plötzlich brennt ja alles hoch und ist einfach total mega. Gefühlt heute mehr mega als sonst. Und den Rest von den Nuggets werde ich jetzt natürlich mit der Smoked Tabanero Pepper Sauce essen, auch wenn die ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Aber das passt zu dieser Folge mit dem Bier-Ketchup, sodass das vielleicht auch irgendwann mal leer ist. Wir haben noch zwei Projekte am Start. Es gab jetzt das Angebot mit Schupfnudeln, zwei Packungen Schupfnudeln zum Preis für eins. Dann möchte ich jetzt die Tage mal ein Paket Schupfnudeln machen und mir die komplette Asia Thai-Flasche drüber kippen und einen anderen Tag die andere Packung Schupfnudeln mit komplett dem Rest von dem Bier-Ketchup. Schön gebratene, knusprig gebratene, leckere Schupfnudeln mit der Plörre da. Wird da sicherlich auch gut gehen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Kennt ihr Werder? Habt ihr schon mal das normale Werder-Ketchup probiert? Kennt ihr das Bier-Ketchup oder kennt ihr das Asia Thai Sensation? Was kennt ihr noch für Werder-Soßen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses. Ei, Schatz. Adi. 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 Jetzt haben wir deine Aufmerksamkeit. Sehr schön. Wer denn beobachtet, die bauen nämlich die ganze Zeit ihr Weihnachtszeug auf. Tschüss. EURSENGELDGE EURSENGELDGE